Crunch-Time in Europas härtester Football-Liga. Österreichs Elite stellt sich dem ultimativen Kräftemessen mit den Top-Teams Europas im Kampf um die begehrte Championship-Trophy. We're ready. Mach dich bereit für die Fervor & Thronas gegen die Viener Vikings. Wir zählen auf euch. Und danach die Milano-Seaman gegen die Raiders Tirol. Ready, set, hut für die European League of Football. Diese Woche Samstag ab 14.45 Uhr. Join PULS24 auch auf PULS24.at